Die Kinder Marins Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei den Kindern Marins. Heute möchte ich über ein kurzes persönliches Erlebtes berichten, was ich vorhin erleben durfte. Wir waren nach der Heiligen Messe im Restaurant Essen und haben uns vor dem Essen bekreuzigt und haben gebetet. Und plötzlich ist ein Mann zu uns an den Tisch gekommen und hat gesagt, dass er gesehen hat, dass wir vor dem Essen gebetet haben. Und er findet das ganz toll. Und wir haben uns dann auch noch kurz über den Glauben unterhalten und darüber, wie wichtig es ist, dass wir zu unserem Glauben stehen und diesen auch öffentlich zeigen. Das sind auch Momente, die einem immer wieder Kraft und Mut geben. Und liebe Freunde, der Glaube schwindet leider immer mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Licht in dieser dunklen Welt sind. Dass wir öffentlich unseren Glauben bezeugen. Dass wir den Menschen ein Vorbild im christlichen Leben sind. Und dass wir auch den Menschen bezeugen, dass wir zu Jesus gehören. Amen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gelobt sei Jesus Christus, Maria und der heilige Josef in Ewigkeit. Amen.